Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Ihr Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst dir noch mal. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartmann anrufen? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Departure ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett. Tor! Ha! Sie müssen den Weg zur Hilfe finden. Es stellt sich innen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch. Warten Sie ihn nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn Sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Drücken Sie den Klicker. Drücken Sie den Klinker. Drücken Sie den Klinker. Wir diesen Kláp. Wir nehmen an. Wir nehmen an. wir nehmen ihn. Wir machen die Fläufe zum Schlbs очень wichtig. Sie müssen die Fläufe. Ich verlass dich. Was? Es tut mir leid, Anne. Ich habe jemanden kennengelernt und mich im Hintergrund. Alice? Nein, was soll das? Du kannst nicht. Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst siehst? Das Einzige, was du kannst, ist, dich mit einer Ader zu quälen, die ich mir schaffe. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an! Was hast du vor, Alice? Halt! Schalt das Licht wieder an! Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben. Du bist nicht Barbara! Barbara, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch armer. Ich würde, wenn du dich lustig wirst. Ich werde dir dabei helfen, mein Master reinzuschneiden. Ich werde dich grüßen in alle Ewigkeiten. Nein, du bist nicht Barbara, Jack. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückseite nicht bereiten sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. aving after. Leg das Messer weg, Romans. Leg es hin! Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich habe eineป Aimung geschnitte Punkt. Fasten halten sich drauf trockst, Abba! An tensstoffen Elemente. . Feine Jail zu folgen. Er musste nur das schreiben, was zu schreiben ich ihm aufgetragen hatte. Jetzt kriegen sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als sie. Älter als ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, dem ich in die Freiheit träumt. Jemand anderes, dem ich in die Freiheit träumt. Ich konnte Alice gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstehe, was ich nun tun musste. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Zurück ins Licht. Alice? Ah! Alice? Oh nein! Oh nein! failed! Ah! Tömyungu! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Alan? 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 Untertitelung. BR 2018 Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Das ist ein Ozean. 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 Das ist ein Ozean.